Hallo Jason. Hallo Anna. Ich freue mich, dass du uns in Zukunft auch Haustiere vorstellst, und zwar in Gebärdensprache. Gebärdensprache ist meine Muttersprache. Und die Sprache von den Haustierbesitzern, zu denen ich jetzt fahren darf. Jetzt gibt es viel zu sehen, von den kleinsten Käfern bis zu großen Cowboy-Pferden. Viel Spaß.